Tanz mit uns, die Seele brennt, und zerreiß dein Testament, trink mit uns vom besten Bar. Jetzt geht es wieder richtig los. Wir legen los. Es kommt Pyro hier an, Pyro. Schau mal hier rein, guck mal hier eine Kamera. Was hast du denn für ein Kanister? Nebelfluidski. Es geht zu München, tanzt. Ich setze lieber eine Sonnenbrille auf, da fliege ich nicht so und stelle mir schönes Wetter vor. Alles lädt, alles acker. Guten Morgen, ihr lieben Leute. Wir fahren jetzt zu München zum Tanzt. Wir hoffen, ihr tanzt. So ein bisschen Social Media habe ich gehört. Ja, auch. Auch morgen. Ich wusste gleich. Pyro, trinkst du schon Bier oder was? Nee, Kaffee. Was ist das? Kaffee. Ja, ja. Mit Schuss. Zwilling am Was und am Steuer. Rad. Knöppel. Was? Auf dem Weg nach München. Es schneit in Ströbeln. Ich weiß genau, was du begehrst, was du liebst. Pyro, willst du erst mal was zu essen? Ich bin der Hunger. Wir werden hier wahnsinnig geil bewirtet. Ist der Hammer. Ich weiß genau, ein lecker Spitzgeruch. Da ist er ja endlich. Es gibt wunderbares bayerisches Kettering, selbst für Veganer, man hätte es nicht gedacht. Das ist der Wahnsinn. Die Verrückten machen hier Session, sind nicht ausgelastet, haben sich lange nicht gesehen. Diese Halungen. Ich hab's gleich erkannt. Ich, ja ich, alles dient sich nur um mich. Ja, wenn Narzissen blühen, kann man ihnen nicht entbliehen. Ich, ja ich, alles dient sich nur um mich. Andere lieben kann ich nicht, nur mein Gesicht. Die ganze Pracht und Herrlichkeit von Zirat noch geschmückt.